wir blicken heute auf das große ganze angefangen vom urknall über die entstehung der erde wir werden auf die entwicklung des lebens eingehen und auf die größeren katastrophen die es immer wieder gab bis hin in unserer zeit zudem gebe ich euch noch einen kleinen ausblick damit jetzt noch weitergehen kann mit unserer welt und wann spätestens schluss sein wird um die riesigen dimensionen besser begreifen zu können werden wir die ereignisse mit einer fahrt von münchen nach hamburg vergleichen ihr werdet über die größenverhältnisse überrascht sein also dranbleiben mein name ist peter und hier ist hister mania geschichte am zeitstrahl vor etwa 13,8 milliarden jahren begann alles mit dem urknall dem tag ohne gestern raum und zeit waren plötzlich da und hier beginnt auch unsere geschichte wir drucken uns jetzt einen zeitstrahl der wichtigsten ereignisse dieser letzten 13,8 milliarden jahre aus kleben die einzelnen seiten aneinander und legen ihn auf der fahrtstrecke vom münchner marienplatz bis nach hamburg zur elbphilharmonie aus da sind laut google maps 793 kilometer das heißt wir würden 2,5 millionen din a4 seiten brauchen aufeinander gestapelt wäre das ein stapel der knapp ein kilometer hoch wäre deshalb machen wir das besser nur virtuell genauso wie unsere autofahrt wir haben also hier zunächst einmal unseren zeitstrahl am anfang davon der urknall statt und hier da sind wir heute wir steigen zum urknall in münchen am marienplatz in unser auto ein und fahren in richtung hamburg zur elbphilharmonie wo die zeit ist zu der wir jetzt gerade leben nach 300.000 jahren konnten sich die ersten atome bilden was hauptsächlich wasserstoff und helium waren und unser auto ist noch nicht richtig angerollt so nach fünf metern da schauen wir raus auf unseren zeitstrahl und es haben sich schon die ersten sterne gebildet das war so etwa 100 bis 250 millionen jahren nach dem urknall die ersten sterne die waren sehr massereich und in ihnen da konnten schwere elemente wie kohlenstoff sauerstoff und eisen erbrütet werden wegen ihrer großen masse war ihre lebensdauer aber mit drei bis zehn millionen jahren recht kurz und sie sind in supernovae explodiert im laufe der jahrmilliarden entstanden dann immer wieder neue sterne und galaxien das universum expandierte weiter bis dann vor etwa 4,6 milliarden jahren das entscheidende passierte unser sonnensystem begann nämlich sich zu formieren und damit auch unsere erde die natürlich damals noch nicht aussah wie auf unserem schaubild auf unserer strecke münchen hamburg sind wir schon satte 530 kilometer gefahren wir befinden uns kurz nach magdeburg in der nächsten milliarden jahre die wir in richtung braunschweig fahren beobachten wir wie sich die erdkruste bildet bis dann kurz vor braunschweig das leben auf der erde entsteht und die zeit seit dem entstehen der erde die schauen wir uns jetzt mal genauer an und vergrößern dazu den entsprechenden teil unseres zeitstrahls wie das leben genau entstanden ist darüber gibt es einige theorien bewiesen ist nichts aber wissenschaftler haben zurückgerechnet und so könnte es sein dass alles leben also auch wir einen einzigen gemeinsamen vorfahren hat dieser vorfahr wird als luka bezeichnet last universal common ancestor und er war vermutlich ein einfaches einzelliges wesen das in den ozean der erde existiert hat erst viel später so etwa vor drei milliarden jahren formte sich dann der erste kontinent auf der erde die mikroorganismen lernten dann im laufe der zeit aus sonnenenergie mittels einfacher photosynthese energie zu gewinnen und als abfallstoff da blieb wie heute auch sauerstoff übrig vor 2,4 milliarden jahren wurden dann aber dadurch so große sauerstoff mengen in der atmosphäre frei dass das zu einer veränderung der lebensbedingungen auf der erde geführt hat die große sauerstoff katastrophe wie wir das sehr dramatisch im deutschen nennen im englischen heißt das lediglich the great oxygenation event die verantwortlichen mikroorganismen nach heutigem kenntnisstand waren dass die vorläufer der cyanobakterien hatten übrigens noch nicht einmal einen richtigen zellkern die ersten lebewesen mit richtigem zellkern gibt es nämlich erst seit etwa zwei milliarden jahren es ist wieder mal zeit auf unsere karte zu schauen wir befinden uns mit unserem auto gerade kurz nach hannover und wir haben noch etwa 115 kilometer vor uns der spannendste teil der reise der hat aber noch nicht mal begonnen wir müssen noch weitere 80 kilometer fahren und haben damit gerade die lüneburger heite passiert um zu einem zeitalter zu kommen das sich phanerozoikum nennt phaneros kommt aus dem griechischen und heißt so viel wie sichtbar und so und bedeutet lebewesen wir befinden uns jetzt also endlich in der zeit des sichtbaren lebens und das beginnt mit der sogenannten kambrischen explosion in einem geologisch sehr kleinen zeitraum von fünf bis zehn millionen jahren am beginn des cambriums vor etwa 541 millionen jahren entwickeln sich die vorläufer von fast allen heutigen tierstämmen und an dieser stelle da wollen wir wieder mal hinein zoomen und uns die ereignisse genauer anschauen zur orientierung legen wir uns zusätzlich die epochen in diesem zeitraum auf die timeline wenn ihr mehr an den epochen und ihren aufgliederungen interessiert zeit dann verlinke ich euch unten auch die entsprechenden timelines dazu nutzt den blick gleich dem video ein like zu geben und meinen kanal zu abonnieren damit ihr keine weiteren videos verpasst es kam also im cambrium zu einem explosionsartigen anstieg der vielfalt der arten wie schwämmen stachelhäutern gliederfüßlern nesselweich und wirbeltieren und eine der ersten gruppen von tieren die sich in allen meeren der erde verbreitet hatte das waren die trilobiten vor etwa 521 millionen jahren trilobiten die gab es sehr lange auf der erde diese tierart hatte es geschafft sich über 270 millionen jahre auf der erde zu halten und sie hatten dabei zwei der fünf großen massenaussterben der erdgeschichte überlebt von den kleineren mal ganz zu schweigen im cambrium hat es noch keine schützende ozonschicht auf der erde gegeben und deswegen hat sich so gut wie alles leben im meer abgespielt weil lebewesen so viel uv licht so gar nicht mögen trotzdem haben im frühen ordovizium die ersten pflanzen und sogar gliederfüßler begonnen sich auf das land auszubreiten am ende des ordovizium stand dann aber das erste der eben genannten fünf großen massenaussterben der erdgeschichte als ursache für das massenaussterben vermutet man die anden sahara eiszeit wobei man deren grund aber nicht kennt viele trilobiten arten verschwanden aber die gattung an sich die konnte sich weiter durchsetzen nach dieser eiszeit konnten dann im devon die wirbeltiere ihren gang ans land antreten im devon gab es dann die ersten baumgroßen pflanzen insekten entstanden und der quastenflosser der heute als das bekannteste lebende fossil gilt der stammt auch aus dieser zeit im devon ereignete sich aber auch das zweite große massenaussterben 50 bis 75 prozent aller arten sind damals ausgestorben die ursachen sind nur in umrissen bekannt was man weiß ist dass sich die chemische beschaffenheit der meere drastisch verändert hat es wird viel spekuliert von den pflanzen die durch ihre wurzeln den boden verändert hatten und dadurch giftige stoffe ins meer gespült wurden bis hin zu einer supernova die gattung der trilobiten die hat das aber weiter überlebt natürlich wurde ihre population und der artenreichtum aber auch sehr von diesem ereignis angegriffen wir fahren mit unserem auto am carbon vorbei wir sehen amphibien die zu dieser zeit die einzigen an land lebenden wirbeltiere waren und es schwirren plötzlich insekten insbesondere libellen um uns herum das ganze carbon mit seiner dauer von 60 millionen jahren können wir aber nur zweieinhalb kilometer lang genießen dann geht es über zum pärm und an dessen ende steht das dritte und gleichzeitig größte massenaussterben der erdgeschichte 98 prozent der pflanzen und tiere sind dabei ausgestorben und da war es dann leider auch mit den trilobiten vorbei als ursache vermutet man einen riesigen vulkanausbruch in sibirien das darf man sich jetzt nicht so als kleinen hügel vorstellen der gelegentlich mal feuer spuckt das waren vulkanische aktivitäten die hunderttausende von jahren andauerten auf dieser karte kann man mal die ausdehnung sehen es war also ein riesiges gebiet und man kann sich leicht vorstellen dass das das klima auf der erde grundlegend verändert hat und auch viele gifte in die atmosphäre gelangten und in das meer gespült wurden zeit mal wieder auf unsere karte zu schauen wir haben gerade die stadtgrenze von hamburg erreicht das heißt es ist nicht mehr weit zu unserem ziel aber von menschen ist weit und breit noch nichts zu sehen im trias da kommen dann die ersten dinosaurier auf aber so wie das trias begonnen hat so endet es auch nämlich ihr ahnt es schon mit einem großen massenaussterben vermutlich waren hier wieder vulkanische aktivitäten die ursache die kontinentalplatten von europa und nordamerika haben sich getrennt und die erde wurde aufgerissen und jede menge lava trat aus dem erdinneren aus 80 prozent der lebewesen sind bei diesem ereignis ausgestorben der superkontinent pangea begann zu zerfallen die dinos in all ihrer artenvielfalt haben noch weiter gelebt und konnten insgesamt 160 millionen jahre die erde bevölkern während dieser zeit im kreidezeitalter entstanden aber auch die ersten säugetiere und die hatten jetzt nach der kreidezeit ihre große chance an der grenze von kreide zum paläogen früher war das unter der kreide terziärgrenze bekannt da kam es nämlich zum letzten der großen fünf massenaussterben das ende der epoche der dinosaurier passt wieder ziemlich gut mit einem vulkanausbruch zusammen nämlich dem der die dekan treps im westlichen indien verursacht hat und auch ein meteoriten einschlag auf der yucatan halbinsel vor etwa 66 millionen jahren könnte ein mit verursacher dieses großen sterbens gewesen sein staub und dreck haben das sonnenlicht blockiert und das führte zu einer abkühlung der erde während dieser zeit war übrigens schon die faltung der alpen in vollem gange die kontinentalplatten von afrika und eurasien die sich aus pangea gebildet hatten driften wieder aufeinander zu die afrikanische platte schiebt sich unter die eurasische der prozess hat schon vor etwa 100 millionen jahren begonnen heute ist das immer noch so dass sich die afrikanische platte mit rund fünf zentimeter pro jahr in die eurasische schiebt und die alten immer noch ein kleines stückchen mehr anwachsen lässt im laufe der zeit haben sich immer komplexere säugetiere entwickelt unter anderem begann vor etwa sechs millionen jahren die allmähliche entwicklung des menschen und diesen zeitabschnitt schauen wir uns jetzt wieder genauer an wo sind wir eigentlich gerade mit unserem auto kaum zu glauben aber wir sind schon kurz vor dem parkhaus der elbphilharmonie wir haben lediglich noch 340 meter bis an unser endgültiges ziel die ersten hominiden sind noch sehr affen ähnlich gewesen und haben in den wäldern afrikas gelebt ein wichtiger schritt im entwicklungsprozess war die aufrichtung des körpers was es den hominiden ermöglicht hat aufrecht zu gehen und die hände frei zu haben homo habilis war vor ungefähr 2,8 millionen jahren einer der ersten hominide der werkzeug herstellen und benutzen konnte daher auch sein name homo mensch habilis geschickt also der geschickte mensch heute glaubt man dass homo rudolfensis schon etwas früher mit werkzeugen umgehen konnte jedenfalls damit begann die steinzeit in den folgenden jahrmillionen entwickelten sich immer fortschrittliche hominiden wie etwa der homo erectus und der homo sapiens die ersten menschen der gattung homo sapiens der ja auch wir angehören die haben vor etwa 300.000 jahren auf der erde gelebt der homo sapiens hatte ein größeres gehirn als seine vorgänger und er war in der lage komplexe sprache und kultur zu entwickeln heute sind wir die homo sapiens die einzig überlebende art der hominiden 300.000 jahre das sind auf unserer karte münchen hamburg gerade einmal 17 meter und in diesen 17 metern da steckt die ganze geschichte der modernen menschen die erfindung der schrift also die keilschrift der sumerer oder die hieroglyphen der alten ägypter die geschichte erstmals aus dem blickwinkel der menschen greifbar machen die liegt über 5000 jahre zurück ein riesiger zeitraum aber auf unserer reise von münchen vom urknall nach hamburg zur heutigen zeit da ist das nichts mehr als die länge eines 30 zentimeter lineals und jetzt können wir uns fragen welchen anteil macht denn unser leben in diesem zeitstrahl aus ein 30 jähriger mensch würde nicht mal zwei millimeter auf dieser skala ausmachen und das wäre weniger als die länge einer ameise wie wird es weitergehen mit uns es wird vielleicht nicht bei den fünf großen massenaus sterben bleiben und der mensch wird plötzlich von der erde verschwinden sollte es so weit kommen dann wäre das aber auch wieder eine chance für andere arten wie bei allen anderen massenaussterben zuvor auch möglicherweise wird unser aussterben auch nicht ganz unverschuldet sein wir können an dieser stelle nur spekulieren was wir aber sagen können ist dass unsere sonne sich ausdehnen wird und wir spätestens in ein bis drei milliarden jahren durch die große hitze nicht mehr auf der erde leben können die sonne wird sich in sieben milliarden jahren zu einem roten riesen ausdehnen dabei die erde mit verschlucken bevor sie dann in zwölf milliarden jahren als ein weißer zwerg endet nutzt die verbleibende zeit geht gut mit unserer erde um damit ihr und eure mitmenschen auch in zukunft noch einen lebenswerten platz auf ihr haben können wir sehen uns hoffentlich bald wieder am besten meinen kanal abonnieren damit ihr künftig kein video mehr verpasst bis bald wenn es dann wieder heißt histomania geschichte am zeitstrahl strahl